Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Fat-Payroads Live Trading. Ich freue mich sehr, dass wir wieder den ersten Freitag im Monat haben und natürlich dann auch hier wieder mit Dirk Hilger, Trader und Stereo-Trader-Entwickler. Freue ich mich auch, dass er wieder für uns die Zeit gefunden hat und natürlich hier alle Teilnehmer, viele Namen kenne ich bereits und freue mich, dass ihr oder dass sie mit dabei sind. Also, mein Name ist Nelson Cardoso Neto, das sollte ich natürlich nicht vergessen für den einen oder anderen und ich begrüße natürlich alle im Namen von FX-Wed. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungsinformationszwecken, unabhängig vom Inhalt, also ob der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade macht oder entsprechend seine Analyse. Analyse müssen sie ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Wend bitte nicht als Zahnensefehlung oder Anlageberatung verstehen. So, bei mir im Hintergrund ist Rambazamba, deswegen hoffe ich, dass das nicht so ganz rüberkommt, aber das sollte eigentlich alles gut funktionieren. Dementsprechend gebe ich jetzt den Bildschirm weiter an Dirk, wünsche natürlich viel Erfolg, viel Spaß und bin natürlich gespannt, was der Markt heute macht nach der Einbahnstraße gestern. So, ich höre den Dirk noch nicht. Bitte ja wieder zweigleisig. Also nochmal, hallo und herzlich willkommen zum NFB Live Trading mit und bei FX-Flat. Deswegen musste ich hier gerade nochmal von vorne ansetzen, weil dort war nämlich der Ton nicht zu hören. Das sollte jetzt aber funktionieren. Auch sollte der Nelson hier zu hören sein. Ich begrüße nochmal separat die YouTube-Teilnehmer, aber eben auch die Webinar bei FX-Flat. So, und der Nelson darf jetzt nochmal alles, was er gesagt hat, nochmal sagen, weil seine Begrüßung, die hört man ja am Anfang nicht. Nur immer so gut nur mit dem Hintergrund. Nelson, du hast sehr gerne das Wort. Vielen Dank. Ich grüße natürlich alle auf YouTube und ja, Risikohinweis war ja, glaube ich, trotzdem zu sehen. Von daher, von meiner Seite alles gesagt. Ich wünsche viel Erfolg und ja, wir sind ja alle gespannt, was der Markt jetzt gleich macht. Ja, da bin ich allerdings auch sehr gespannt. Also, wurde ja auch gerade schon gesagt, beziehungsweise auch vorne eingeblendet. Also, es ist nicht, es ist alles keine Empfehlung. Insbesondere heute. Ich finde es ziemlich tricky, das ganze Bild. Der ganze Anstieg gestern, also die, die meinen Kanal ja verfolgen, beziehungsweise meinen Blog, die wussten ja, die haben ja auch mitbekommen, und ich wollte gestern rauf, aber jetzt nicht unbedingt so weit, ja. Also, das fand ich schon so ein bisschen erstaunlich, was die Märkte da abgeliefert haben. Und jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt so die Vorbereitung gewesen zu heute? Also, weil manchmal macht der Markt das ja, dass er halt sich irgendwie so einen Tag vorher dann halt dann schon entsprechend, der Markt positioniert sich nicht, das ist das falsche Verb, aber der Markt sich dann halt schon entsprechend darstellt, wäre das richtige Wort, glaube ich. Und bei News ist es ja eben oft so, oder fast immer, News ist immer, also meine These ist ja, die News machen keine Charts, sondern News kompletieren die Charts, und die News werden gerne dazu verwendet, das Ganze eben mit ein bisschen Acceleration, mit ein bisschen Beschleunigung dann halt eben zu machen, weil das Volumen dann halt auch dünn ist. Und das macht es halt auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite natürlich auch nicht ganz einfach. Und insbesondere heute, und das gucken wir uns jetzt nämlich dann drüben mal an, im Bild, wie sich nämlich die ganze Geschichte dann halt darstellt. Schon vorab hier ein paar Infos, die reingekommen sind. Euwak, Sentiment, plus 20 und Fear and Greed, 36. Ja, okay. Das heißt, die meisten sind positiv gestimmt. Ja, das kann sein, auch den Tag bezogen. Aber so generell, ich habe ja gestern auch schon so ein bisschen was erklärt, also das heißt gestern, letzte Nacht ja halt in meinem Stream, eben, dass wir halt eben, ich meine, wir hatten gestern nur mal einen Squeeze, ne, so, das war ein ziemlich heftigen. Und in der Regel, deswegen sieht man auch hier schon auf der rechten Seite den Pfeil, ich lasse den DAX mal kurz außen vor, sieht man hier schon einen Pfeil, wo ich halt gesagt habe, wenn das Ding nach unten drückt, ne, dann wird es kräftig nach unten drücken, bis zum Anfang vom Squeeze. Und der liegt tatsächlich bei 33.300 irgendwas. Das wären mal eben 500 Punkte, ja. Ja, mein Mögliches ist alles, ja. Aber halt, ich sage halt nur, wenn das Ding halt irgendwie anfängt zu drücken, dann ist halt wirklich die Frage, ob es da Sinn macht, halt zu früh reinzugehen, ne. Also das heißt, wenn der anfängt zu drücken, wird er tief drücken. Dann drücken wir nämlich wirklich bis da unten hin. Das ist halt nur, das Ding ist, also was jetzt heute angeht, der hat nach oben auch noch Platz. Das ist schon klar, ne. Und jetzt ist natürlich die Frage, die, will der Markt jetzt irgendwie nachhaltig rauf oder will er halt irgendwie nur auf der Seite stranden? Und es gibt auch nicht so wirklich Grund, ohne weiteres, warum der heute hier oben enden sollte, ja. So, das heißt, wenn der also wirklich rauf will, dann sollte man eigentlich die News oder halt als großer Marktteilnehmer, wäre es dann schon klug, die News dafür zu benutzen, bei dünnem Volumen den Markt erstmal nach unten zu schieben, damit man nämlich unten halt wieder ein bisschen besser einkaufen kann, ne. Hat einfach ein bisschen günstiger, mal ganz blöd ausgedrückt. Jetzt geht leider meine Taschenlampe schon wieder nicht irgendwie. Das nervt, ich habe hier sonst immer so eine Taschenlampe, mit der ich dann halt irgendwie ein bisschen genauer zeigen kann, wo ich meine. So, das heißt, würde der Markt jetzt irgendwie zu den News mit dünnem Volumen hier runterkommen, nur mal als Beispiel, ja. Und dann halt eben zur Kasse eröffnen und dann da unten stehen, dann würde man das wahrscheinlich bei der Kasse nutzen, nochmal zuzuschlagen und nochmal deutlich Volumen reinzubringen und dann halt den Markt nach oben rauszudrücken, ne. Also das heißt also von hier dann halt eben oben über die Tageshofs von gestern. Das wäre halt so eine Bewegung, die wäre jetzt strategisch, ja, nicht besonders doof. Also für, ich versuche jetzt mal aus der Sicht von einem Big Player halt mal die ganze Geschichte halt zu sehen, ja. Also wenn ich das nötige Volumen hätte, den Markt runterzuballern, würde ich das jetzt machen mit den News, ja. Ja, habe ich aber natürlich leider nicht, haben wir alle nicht, aber das würde halt Sinn machen, ja. Weil dann hätten wir nämlich hier unten einfach nochmal die ganze Geschichte angesetzt, dort, wo der Squeeze begann, ja. Und mit Squeezes ist es ja halt nun mal so, leider oder Gott sei Dank, wie auch immer man das nimmt, die Dinger kommen immer zurück. Immer, ja. Nicht unbedingt am nächsten Tag, also wenn es jetzt wie gestern gelaufen ist, aber oft halt dann auch schon, ne. Ja, und also das heißt, das wird nicht allzu lange auf sich warten lassen, bis wir da halt wieder runterlaufen. Und deswegen wäre es natürlich umgekehrt fatal. Also sollte der Markt jetzt irgendwie zu den News irgendwie rauflaufen, ja. Zum Beispiel hier, ich hätte da oben noch die 34.172 da oben. Das sieht man jetzt hier H1 nicht, aber sollte er da rauflaufen, wird er da oben wahrscheinlich nicht weit kommen. Und selbst wenn wir heute da oben stranden, dann machen wir nächste Woche am Montag gleich wahrscheinlich die Biege dann erstmal deutlich nach unten. Von daher wäre halt so im Hinblick auf die, auf das, was halt nachhaltig dann halt irgendwie sein sollte, wäre es klüger halt irgendwie, wenn der Markt erstmal halt nach unten geht, ne. Also das heißt klüger, ja. Also ich meine, wer bin ich, um das zu sagen, das ist halt auch klar. Ich bin halt hier ja nur ein Daytrader, aber ich sage halt eben, es wäre attraktiver, nennen wir es mal so, ja. Ja, das hier ist der Daily im DAO und die kann ich aber eigentlich auch mal hier nebeneinander stellen, wenn ich den DAX ja sowieso nicht brauche. Dann mache ich mal hier, Moment, muss ich mal hier ein bisschen umsortieren. Machen wir einfach mal links den H1 und rechts den Daily. Hier ein bisschen manuell Fenster in der Gegend rumfahren. So, das heißt also hier 34.172. Ich denke, man kann ja auch erkennen, woher das kommt. Das ist halt hier einfach oben dieses letzte High, was wir da an der Stelle haben. Und wenn er halt im Markt natürlich hier wirklich eine Reversal machen will, und dann muss er natürlich ja früher oder später da durch. Das ist ja klar. Das heißt, das wäre halt der nächste interessante Punkt, den wir halt eben da oben haben. So, jetzt sehen wir natürlich hier auch, wir kommen da halt gestern hier, dieses lange Ding, dieser Squeeze. Ich hätte halt gedacht, okay, wir laufen gestern hier so bis 360, so dieses letzte Gap. Hier die Unterseite von diesem Cluster. Nö, der Markt schiebt einfach mal komplett von unten nach oben durch. Fand ich halt schon ein bisschen arg. Ja, so, aber, ne, das ist halt jetzt wirklich, und das ist genau die Herausforderung heute. Oft ist es ja wirklich total klar, was halt irgendwie der Markt vorhat. Aber der steht so stabil, selbst jetzt zu den News noch irgendwo hier oben rum. Und auch der DAX hat irgendwie gerade mal das Kassag-Gap jetzt, ne, hat er nicht, glaube ich. Ich muss mich hier besser orientieren. Das war ja der Dow hier auf der linken Seite. Der DAX ist auch irgendwie, glaube ich, kurz vorm Kassag-Gap halt auch schon gestrandet. Also, das heißt, der schwebt auch immer noch in der Luft, ne. Und was man ja in der Regel auch nicht hat, das sind zwei Squeeze-Tage in Folge. So, jetzt weiß man aber natürlich nicht, was haben die halt vor, ne. Und das heißt, wollen die das Ding wirklich nach oben und da oben stehen lassen? Oder wollen die halt nach unten und dann später nach oben drücken und nächste Woche weiterkaufen? Das ist halt die große Frage, die hier echt ein bisschen schwer zu beantworten ist. Also, wie gesagt, ich bin immer ein Fan davon, irgendwie nicht so viel nachzudenken. Aber was, oder nicht nachdenken im Hinblick darauf oder im Sinne dahingehend, dass halt der Inhalt der News jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist. Also, zumindest jetzt nicht für Intraday, sondern ich versuche halt ja zu verstehen, was treiben die da und wo, was, wozu sollen die News jetzt genutzt werden? Das ist ja halt immer eher so dann mein Ansatz, ne. Und deswegen wäre ich hier oben tatsächlich auch eher ein Fan davon, zu shorten mit einer Short-Stop-Order dann halt am liebsten. Und dann halt mal gucken, wenn er runterkommt, wie tief wir ihn kriegen, ne. Und selbst wenn es dann irgendwie nur, weiß ich nicht, 20, 30, 50 Punkte sind, ist ja auch okay, ja. Aber dass der jetzt einfach da oben weiterläuft, noch glaube ich es nicht, aber ich kann auch falsch liegen. Das ist ganz klar. Und das heißt aber auch, wenn der nach oben laufen sollte, dann wird der halt nicht irgendwie kurz vor der 34.000 stehen bleiben, sondern wird, also das heißt auf jeden Fall, ne, das ist ja alles keine Raketenwissenschaft, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit würde er dann halt hier deutlich reinlaufen, über die 34.100 und versuchen da oben durchzukommen. Das wird dann wahrscheinlich relativ schnell dann halt passieren. Aber halt, wie gesagt, hier oben, long, wow, ne. Also bei so einem Squeeze wie gestern, klar, aber der ist ja auch schon weit gelaufen und das Programm von gestern, was wir da halt gesehen haben im DAO, das haben wir halt nun mal heute nicht, ne. Und das heißt, gestern war ja halt hier eine ganz klare Struktur. Ich gehe mal kurz auf den M15. Ich habe auch hier schon eine Order liegen, wie man sieht. Ich lasse die auch mal da liegen. Eine Stop-Order, falls halt irgendwie Lust hat, runterzukommen. Die ist mit 50 Punkten Stop, ist die jetzt mal eingeplant und zieht auch Break-Even nach 50 Punkten, ne. Also nur, dass man das halt mal versteht. Also die habe ich vorhin schon mal da hingelegt, nicht, dass ich nachher wieder vergesse. Beim letzten Mal waren die NFPs total einfach. Da erinnere ich mich noch. Und wer hat es vergessen, irgendwie zu handeln? Ich. Der ist so genau gelaufen nach dem, was ich am Abend vorher beschrieben habe. Es gibt solche Tage, die sind halt so, ja. Aber heute ist einfach nicht so einer. Und wo man das so gut greifen kann. Hier, das meinte ich mit dem Squeeze. Wir haben halt hier einfach eine ganz klare Struktur im M15, die einfach nur im Framing halt nach oben drückt. Und im M5, das hatte ich gestern noch gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch hier drin habe. Drei Minuten haben wir noch. Da hat er überall Löcher gelassen. Also so vergessene Bestätigung. Die habe ich halt gestern auch mal in meinem Livestream gezeigt. Und da hat man das halt ziemlich deutlich gesehen. Also hier, überall Ausbruch, keine Rückbestätigung. Ausbruch, keine Rückbestätigung. Und so weiter und so fort. Und das sind alles vergessene Levels. Und das unterste liegt bei 33.330. Und deswegen sage ich, wenn der halt irgendwie runterkommen sollte, da wird er wahrscheinlich bis zum ersten Vergessenen, wird er dann wahrscheinlich hinlaufen. So würde ich das halt mal irgendwie einschätzen. Und deswegen einfach so rauf. Ich glaube es noch nicht, erst wenn ich es gesehen habe. Und deswegen bin ich auch hier so mutig. Sorry, hier ist irgendwie gerade ein bisschen Alarm im Flur. Ich hoffe, man kann das nicht hören. So mutig. Und packe da erstmal eine Short Stop an der Stelle hin. Wir stehen auch hier am Vortageshoch. Das ist hier diese Linie, hier diese grüne Linie, hier im M2 auf der linken Seite. Aber ich versuche jetzt natürlich gleich mal die ganzen Timeframes halt hier gleichzeitig zu beobachten und dann halt zu sehen, was passiert und ob man da reinkommt. Falls er das Programm jetzt so nicht abspult, das weiß ich natürlich nicht. Es kann natürlich auch sein, also je nachdem, wie hoch die Volatilität ist, dass es halt ja dann auch Slippage gibt oder sehr wahrscheinlich gibt es Slippage. Und die Frage ist dann halt, wie hoch. Und deswegen sollte man da auch nicht irgendwie im Stop zu knauserig sein. Und weil es dann natürlich dann eben schnell auch passieren kann, dass halt eben der Markt halt mal 20, 30 Punkte hin und her läuft. Und das halt dann eben, ja, da muss man ein bisschen, und es muss natürlich auch Positionsgröße und so weiter, muss natürlich ganz klar auch logischerweise zum eigenen Konto passen. So, dann gucken wir gleich mal, was wird. Ich mache mal hier die Spannungsmusik. Ah, können wir leider nicht hören. Oder die Chance genutzt, was zu trinken. Fast unbeobachtet. So, 30 Sekunden haben wir noch. Und ich bin gespannt, was passiert. Also hier, das ist ja halt relativ eng, also 860 stehen wir. Die Stop Order liegt 30, 20, 30 Punkte tiefer. Der wird jetzt noch ein bisschen wackeln, bevor es dann halt irgendwie losgeht. Und dann halt mal gucken, in welche Richtung. 10 Sekunden noch. Man sieht schon, das Buch wird dünn. Ich könnte es jetzt hier natürlich alles noch größer darstellen. Mache ich ja nicht, ne? So, und er kann natürlich in die Hose gehen. Und da kostet halt bei der Positionsgröße halt natürlich ein paar Euro mehr, ne? So, er springt erstmal rauf. Ist die Frage, ob das so bleibt. Okay. So, das heißt, ich habe gesagt, wenn das Ding rauf geht, wird der höchstwahrscheinlich rauflaufen in diese rote Zone. So, die kann man erstmal wegmachen. Hätte ich nicht gedacht, dass der jetzt einfach hier in dem Squeeze weiter nach oben läuft. Das heißt aber dann eben auch, dass das halt nachher wahrscheinlich ein bisschen einfacher werden wird, ne? Also zur Kasseeröffnung. Das heißt, wenn wir die Kasse da oben starten, dann wird die höchstwahrscheinlich nicht weiterlaufen. Und so, ich versuche jetzt mal hier irgendwie noch reinzukommen. Ich weiß noch nicht genau, wo. Also hier an den letzten Hochs, falls es da irgendwie einen Rücksetzer geben sollte. Einen schnellen würde ich natürlich versuchen, da erstmal mitzugehen. Aber jetzt hier einfach Market reinspringen, halte ich für ein bisschen schwierig. Kann man natürlich auch machen, ne? Aber das wäre halt hier schon von da bis da. Das wäre schon eigentlich das, was ich als Stop eingeplant habe. Das heißt, ich müsste entweder die Size runterdrehen oder halt den Stop hoch, beziehungsweise beides dann halt, ne? Oder das Risiko erhöhen. So, das sind die ersten zwei Minuten. Das ist schon ein bisschen arg, aber der hat schon noch Luft, ne? Aber ohne Rücksetzer würde ich hier eigentlich nicht gerne reingehen wollen. Mal einfach über die Hochs drüber. Das ist schon krass. Aber das heißt, wie gesagt, das heißt aber dann eben auch, das ist nicht nachhaltig, ne? Und dann wird es halt jetzt hier vielleicht zu den NFPs keinen Trade geben. Dann aber halt eben nachher zur Kasseröffnung wird es dann halt leichter werden. So, hier ist eine größere Order, wie man sieht, ne? Kann man jetzt natürlich versuchen zu verfolgen, aber ich bin da echt so ein bisschen skeptisch hier auf dem hohen Niveau einzusteigen. Mal gucken, weil wenn wir hier einen Rücksetzer zumindest kriegen in die Richtung von den Hochs, dann würde er vermutlich schon versuchen, die dann auch zu verteidigen. Aber da muss er erst mal hinkommen, ne? Das wäre nämlich auch immer noch 50 Punkte runter. Man kann natürlich irgendwie, wenn man sagt, ja, das Ding geht sowieso da rauf, ne? Und ich gehe da einfach mit. Kann man schon machen, ne? Mit einer kleinen Size könnte man das problemlos machen, ne? Da bin ich mir sicher, ne? Weil man sieht jetzt hier auch im Live-Chart, also das sind die Live-Chart-Levels, er bremst an jedem Level gerade, ne? Geht aber überall hier, will aber da durch, ne? So, hier fragt auch gerade jemand in der YouTube-Live-Streaming in den Kommentaren, ob ich nicht einfach oben irgendwo short gehen will. Ne. Erst wenn er da ist, wo ich hin will, ne? Also der hat halt schon noch Platz, ne? Und ich würde schon versuchen, hier long reinzukommen, erst mal. Weil der oben echt noch Luft hat, ne? Deswegen bin ich da gar nicht so ein Fan davon, jetzt hier irgendwie zu früh irgendwo short dagegen zu halten. Gar nicht. Auch nicht bei der 34.000, ne? Das ist so ein Psycho-Ding, da würde ich irgendwie am liebsten weit weg davon handeln. So weit wie irgend geht. Aber wie gesagt, ist halt noch die Frage, kommt man hier jetzt irgendwie rein? Ich muss gehen mal auf die Minute. Da ist aber auch, ne? Hier Außenstäbe Minute. Da könnte man halt zwar mal dran ansitzen, aber jetzt sind aber auch gerade die 5 Minuten feilig. Wie gesagt, ich würde echt, ne? Weil es heißt ja immer so, die erste Richtung ist die falsche. An der Stelle glaube ich da noch nicht dran. Dafür ist der Feed so hoch da oben auch raus und versucht auch, und da schieben auch immer noch die ganze Zeit Orders hinterher. Jetzt ist gerade keiner. Deswegen warte ich auch mal. Also super wäre natürlich, wenn er halt irgendwo hier in die Richtung von den alten Hochs käme. Das wäre natürlich jetzt schon ein paar Meter rückwärts und dann halt eben dann parallel dort auch eine große Order im Buch aufbraucht. Dann würde ich da versuchen, halt mal mitzugehen. Aber hier oben jetzt einsteigen würde ich eigentlich nicht. Und Short auch nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auch nicht bei der 34.000. Vielleicht, wenn erstes markantes Level kommt. Ich habe hier zum Beispiel 34.032. Das müsste auch hier oben diese Widerstandszone sein. Da kann man dann vielleicht mal irgendwie versuchen, mal irgendwie halt mit einer kleinen Order dagegen zu halten. Ja, also, aber, und die auch nur als LPO. Aber hier nicht. Und auch nicht bei der 34. Weil bis jetzt wäre es einfach nur ein Fehler gewesen, da jetzt zu früh irgendwie zu shorten. So, die ersten fünf Minuten sind um. Das steht schon ganz schön stabil da drin. Hätte man ja echt noch bei der 50 eben long gehen können. Okay, ich würde jetzt irgendwie blind reinspringen. Muss, glaube ich, nicht sein. Im Zweifelsfalle wird es dann halt ein Live-Training ohne Live-Trade. Hatten wir so noch nicht, glaube ich. Oder vielleicht einmal, ja. Aber, wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Manchmal auch dazu. Ja, das ist ja nicht unbedingt der Sinn. Also, ich meine, was ich ja halt trotzdem immer ganz gut finde, ist ja, dass ich halt irgendwie den Markter dann doch irgendwie erklären kann. und dann auch Sachen, die ich nicht mache, ja. Wie zum Beispiel, wo hier der Kommentar kam, ja, mal kurz short gehen. Dann gehst du nicht short in so einem Ding, ne. Der überfährt dich einfach nur. Also dann, ne, dass man das auch sieht, dass das, was ich dann erkläre, ja, halt eben dann auch schon seine Berechtigung hat, ne. Das finde ich ja dann auch nicht so unwichtig. Aber besser wäre natürlich irgendwie beides, ne. Ganz klar. Einen Trade am Start zu haben und dann auch noch richtig erklären zu können. So, 34.000 haben wir gesehen. Das ist schon krass, ne. Seit letzter Woche 1700 Punkte fast waren das jetzt schon, ne. Seit letzten Freitag. Wo ich gesagt habe, Long All In bei 32.360. Alter Schwede. Und bin nicht drin. Das ist schon mies. Aber gut, er hat die ja auch am Freitag ganz spät gemacht. Aber das war wirklich meine Ansage zum letzten Freitag. Bin aber nicht davon ausgegangen, dass die dann irgendwie abends erst um 8 Uhr kommen, ne. Aber das war halt so klar für meine Begriffe, wenn der halt am Stück da runter drückt, dass das nicht nach unten rausbricht und wir schon gar nicht irgendwie da, was weiß ich, fette Korrektur oder sonst was. Das war blankes Geproger. Und das hat extrem genau gepasst. Also nicht die 32.360. Aber darunter hatte ich ja dann im Live-Chart aktualisiert. Fast bis auf den Punkt genau. Bei 330. Und das Ding hätte man wirklich mit 20 Punkten Stopp hier raufhandeln können. 1.700 Punkte plus. Das ist schon ganz schön. Naja, okay. Das sind natürlich dann so die Trades, wo ich mich dann schon drüber ärgere, weil ich es ja halt eben ja auch genau gesagt habe. Und ich hätte einfach, also dass ich übers Wochenende nicht drin geblieben bin, in dem Long, das ärgert mich jetzt nicht. Aber ich hätte einfach Sonntagnacht um 12 Uhr, als der mit einem Aufwärtsgepter gestartet ist, ich hätte einfach drauf dritten sein. Und dann halt irgendwie Deckel zu. Das wäre halt echt, ja. Und mit der Präsitionsgröße, die ich da drin war, ich schreibe nämlich gerade, einer hätte einen schönen Sportwagen werden können. Jo. In der Tat. In der Tat. So, hier schreibt man hier, man hat einen Short bei 15.000, äh, bei 15.000, bei 34.000. Ja, es darf jeder machen, was er denkt. Das ist schon klar. Das ist auch schon richtig so und gut so. Ich bin trotzdem kein Fan davon, das zu machen. Ich suche mir jetzt hier irgendwie, irgendeinen vernünftigen Einstieg und versuche dann auch ein Stück weit Long mitzugehen. Überlege auch gerade, das hier schon zu machen, mal mit einer kleinen Position. Okay, ich habe fertig überlegt. Einfach nur mal, um zu sehen, ob wir da oben jetzt einmal durchkommen. Und hätte dann da oben halt auch direkt die Drehung am Start. Also einfach hier, ich bin jetzt im Framing M1, was die ganze Zeit steht. So, wenn das jetzt bricht, dann bricht das halt eben. Da muss ich an einer anderen Stelle nochmal ansetzen. Aber die ganze Zeit hält er das Framing hier im M1. Und von daher kann das schon sein, dass er das jetzt hier auch weiterhin hält. Und wir dann jetzt erstmal nach oben durchlaufen und dann die 34.000 überfahren. Wie gesagt, es ist halt jetzt wirklich eine kleine Position, die er so anfühlt. Mal gucken, wie es sich anfühlt mit dem Markt hier oben. Und die man dann im Zweifelsfall ja noch ausbauen kann. Man sieht, er läuft halt immer wieder in diesen Bereich halt zurück. Und das meine ich hier mit Framing, die Außenstäbe. Das wird halt zu News schon sehr oft sehr gerne gemacht. Was halt jetzt natürlich sein kann, ist, dass er mal zum SMA 20 zurückläuft. Der hängt noch ein bisschen tiefer. Das könnte sein, wenn das Framing gebrochen ist. Da geht man ja erstmal raus und sucht dann halt eben unten nochmal. Das ist jetzt hier kaputt. SMA 20 kommt von unten nach. Das meine ich halt eben. Ich kann jetzt irgendwo reinspringen und dann ist die Positionsgröße verkleinern und damit eben auch den Stop weiterziehen. Oder halt eben ein Risiko erhöhen. Risiko würde ich jetzt hier nicht erhöhen. Aber ich habe jetzt mal, nämlich deswegen habe ich jetzt den Stop auch mal kurz verzerrt. Da unten unter den SMA 20. Weil das wäre dann halt so der erste Punkt, wo ich dann mal versuchen würde, da halt reinzukommen. Klar, wenn man jetzt geshortet hat bei der 34.000, dann hat man halt irgendwie 30 Punkte natürlich jetzt erstmal im Sack. Das ist schon okay. So, aber ich glaube nicht, dass das hält, weil halt irgendwie das ergibt keinen. Also klar, psychologische Marken, das ist halt immer so ein Ding. So, ich bin da überhaupt kein Freund davon. von irgendwelchen Psycho-Marken, wie jetzt zum Beispiel die Runden Tausender. Versucht da eigentlich immer möglichst weit weg davon zu handeln. Gut, jetzt sind es hier nur irgendwie 10, 15 Punkte. Weil das halt echt immer so mit sehr viel Psychologie, mit zu viel Psychologie behaftet ist. Das gefällt mir nicht. Und manchmal hält es halt eben und manchmal halt dann auch einfach gar nicht. So, M2 wäre hier das nächste Framing. Deswegen habe ich jetzt gerade mal umgestellt. Mal gucken, ob wir den jetzt hier verteidigt kriegen oder ob er den auch kaputt machen will. Ich setze mal noch einen hier rein. Mal sehen, was das jetzt wird. Ja, der drückt direkt mal nach oben. Aber auch noch nicht wahnsinnig viel. Ich wäre immer noch ein Freund davon, dass wir den M5 hier fortsetzen und einmal nach oben rausschießen. Das wäre schon ziemlich nett. Einmal über die 34 drüber. Also läuft jetzt hier Break-Even, wie man sieht. Also ganz falsch ist es bis jetzt nicht. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht. Ich weiß natürlich trotzdem nicht, ob er es macht. Aber wir schieben hier jetzt nochmal rauf. Das kann man dann auch, wenn man das skaliert hat, irgendwie einen rausnehmen. Das heißt, jetzt zum Beispiel hier den untersten. Damit wäre jetzt mein Break-Even jetzt dort. Sichere den ab und bin jetzt safe. Jetzt kann er das dann entweder machen oder nicht. Da oben durchballern. Durch die 34. Aber grundsätzlich ist das ja nicht falsch, das so zu skalieren. Und vor allen Dingen, ich wäre halt ein Freund davon, hier oben long noch irgendwie. Ich meine, ich bin jetzt hier super spät eingestiegen. Ich darf jetzt hier auch keine Wunder mehr erwarten. Das ist halt auch klar. Jetzt irgendwie so die Riesenreise nach oben, das ist natürlich auch falsch. Ich könnte jetzt sagen, gut, dann nehme ich halt hier meine 20 Punkte mit und dann habe ich wenigstens was. Kann ich auch machen, aber ich lasse den jetzt mal drin. Und gucke mal, ob das was wird. Weil gut wäre es insofern schon, weil hier vermutlich wird es schnell gehen. Und da ich halt oben ja auch mal eine Runde Short dagegen halten will, würde ich halt den auch gerne so ein bisschen finanziert haben. So, das heißt, wir stehen jetzt gerade mal 10 Punkte hier drunter. Und jetzt darf ich entscheiden, ob das Ding jetzt hier durchgeht mit dem Abschluss von dem M15 oder halt nicht. Kann natürlich ja sagen, okay, ich schmeiße hier einen Trail hier schon mal an, eine Minute vorher. Aber lassen wir den doch mal irgendwie machen. Jetzt sieht der Short von 34.000 schon gar nicht mehr so gut aus wie gerade. Jetzt sieht der Long hier unten schon deutlich besser aus. Aber was halt hier, also das Buch verrät mir halt leider nichts. Da ist halt nichts da. So, jetzt müsste hier mal so ein Kandidat mal halt irgendwie kommen, der halt so ein dickes Ding dann nach außen zeigt und uns den Markt dann nach oben schieben mit einem Eisberg. Und dann wären wir da halt auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, ich finde, der hat halt hier echt noch 170 Punkte nach oben Platz. Und deswegen auch hier der Short, vielleicht ist es lieber mal ein Stückchen höher, mal dahin, wo eigentlich so die erste, wo es erstmal kritisch wäre, falls er halt irgendwie da durchläuft. Und jetzt hier, so, guck, M15 fertig. Der sieht natürlich richtig gut aus. Aber auch der hat das Recht zu korrigieren. M5 steht auch nach oben wieder. Müsste aber jetzt natürlich auch liefern, sonst wird das hier nichts mehr. Sonst klebt er hier die ganze Zeit fest. Ich lasse den mal hier drunter. Also hier, ich bin jetzt nur M2 orientiert. Also hier von dieser letzten Abwärtsbewegung, da bleibe ich mal drunter. Ich könnte jetzt auch hier nochmal, wer das jetzt hier irgendwie mitgemacht haben sollte, man kann auch hier rausgehen mit irgendwie 25 Punkten oder wie wir das jetzt sind und sagt, gut, das war es dann halt. Aber ich finde halt, da ich halt so spät reingekommen bin, habe ich jetzt mal hier, wobei auch die Betrachtung, da kann man drehen und wenden, wie man will. Ich wollte gerade sagen, deswegen habe ich mal hier mehr Geduld, aber eigentlich müsste ich da halt sagen, ja, deswegen nehme ich jetzt lieber mal mit, was ich habe, weil bevor ich nachher irgendwie nichts habe. Also hier haben beide Sichtweisen ihre Berechtigung. So, aber noch kleben wir da oben fest, in einer ziemlich kleinen Range. Und das heißt, kein Verkäufer da oben, der wirklich drauf drückt bisher, sondern im Gegenteil, der Markt wird auf sehr hohem Niveau jetzt hier gestützt. Und klar wäre es natürlich schön gewesen, direkt unten Long mit reinzukommen, direkt um 14.30, aber ich hätte es halt nicht vermutet. Und deswegen muss ich ja jetzt irgendwie damit klarkommen, dass meine Vermutung falsch war, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich jetzt irgendwie da nicht was draus machen kann. Ob das jetzt dann wenig Punkte sind oder viel, weiß ich nicht. Ich versuche aber halt, das meiste draus zu machen. Ganz klar. So, wir stehen nochmal an der 34.000. Wir bräuchten aber mal ein neues Hoch. Und damit wir da auch mal den Mädchen Stopp auch mal nachziehen kann, was ich dann auch einfach manuell machen würde. Klemmt hier unten ganz schön und drückt ganz schön von unten da dran. Und deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt hier, das ist normalerweise, wenn die Range so klein läuft, löst die in der Regel dann halt eben auch in die Richtung auf. Solange halt hier oben nichts großartig passiert, solange es hier keine nennenswerten Rücksetzer gibt, müsste irgendwann einer kommen und das Ding nach oben durchschießen. Beziehungsweise da oben halt, dass da oben die Bären einfach sagen, oh, nee, lass mal. Und dann geht es halt auch nach oben. Aber noch ist es nicht passiert. Ich glaube, zwei Minuten war auch hier jetzt ganz richtig, den mal halt zu nehmen. Und wäre natürlich noch netter, wenn wir jetzt ab hier noch einen Squeeze bauen. So, wir sind einen Punkt drüber, immer noch kein wirkliches neues Hoch. Das zählt noch nicht. Aber ich wette, wenn ich jetzt rausgehe, knallt es sofort nach oben durch die Decke. Das ist halt einfach immer so. So, mal gucken, wie ist es noch irgendwie. Eine Kerze wird er ja da oben drangesetzt kriegen im M2. Und dann wird auch der M5 fertig. Und da mal gucken. Klar, Long dauert immer ein bisschen länger. Also vor allen Dingen dann, wenn es halt irgendwie so jetzt dem Tempo dann da oben geht, das ist schon mal ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, Short wäre jetzt hier auch anstrengend. Also wenn man jetzt hier bei der 34.000 irgendwie geschortet hat und dann denkt, naja, der kommt bestimmt noch und dann fängt er an, nach oben zu drücken. Das wird dann halt richtig nervig. So, jetzt setze ich den mal hier direkt drunter. So, guck, jetzt läuft die Geschichte rauf. Der M5 löst jetzt als erstes auf. Soviel zu den psychologischen Marken. Ich schiebe die mal ein bisschen weg noch hier oben. dann würde ich den eher erst mal raustrailen. Wenn er jetzt hier da dran kommt, was habe ich eingestellt? 10 Punkte Distanz. Ja, das ist okay. So, das heißt, komm, ich lasse den jetzt mal. Falls er jetzt hier oben noch was nachliefert, nehme ich den mit. Das ist jetzt hier mein erster erkennbarer Widerstand und wenn nicht, bin ich jetzt hier oben dann raus. Mal sehen, aber wahrscheinlich bin ich jetzt hier raus. Das passt aber. Das ist doch okay. So, bitteschön. Bitte, das war doch nice. Vor allen Dingen finde ich das, finde ich ja dann so ein Trade auch irgendwie glatt besser, als jetzt irgendwie so ein Zocker-Ding halt. Wo man dann halt irgendwie so, ja, könnte rauf, könnte runter. Das war jetzt halt hier wirklich sauber. Gut. So, also, ich wollte short und bin long gegangen und habe 67 Punkte hier rausgeschnippelt. Gut. Da bin ich doch erst mal soweit zufrieden. so, also hier oben, klar, ich hätte jetzt den auch noch shorten können. Man sieht ja, die hier 032, das ist schon ziemlich genau jetzt hier das hoch. Im H1, jetzt erst mal kommend aus dem Live-Chart, Live-Chart ist das Add-On, was es halt eben gibt, analog zu meinen täglichen Betrachtungen vom Markt. Und da sind diese Levels ja dann halt eben drin. Hier sieht man es ja. Und ein rotes Level ist halt ein rotes Level und da laufen wir nicht einfach so drüber. Und deswegen ist das jetzt auch hier völlig legitim oder deswegen war es jetzt natürlich auch richtig, dort oben erst mal mit long aufzuhören oder eben dort sogar halt die Short Order hinzusetzen. Aber wie gesagt, ich finde, der hat halt immer noch Platz. Wenn der jetzt halt hier squeezeen sollte, dann wird auch ein rotes Level nicht halten, dann wird er das Ding hier fertig machen und dann stehen wir wahrscheinlich dann zur Kasseeröffnung in 40 Minuten oben bei der 150, 160. Dann packt er hier noch ein paar Dinger oben dran. Gut. So, also Short bei 34.000. Ich glaube, das war jetzt das, was ich gemeint habe. Ist schön, wenn man was erklären kann. Es ist noch viel schöner, wenn man es handeln kann und dann noch erklären kann, warum man es so handelt und warum vielleicht das lüger ist, als irgendwie einfach so irgendwas dagegen halten. Okay, ich gucke mal hier die Kommentare durch. Nelson, du bist zu still. Du darfst jetzt wieder. Nelson? Der Nelson ist nicht mehr da. Ich glaube, der Nelson ist wirklich nicht mehr da. Wo ist denn der Nelson? Wir sind aber schon noch live bei GoToWebinar, oder? Hier kommen noch irgendwie zumindest Kommentare rein, aber der Nelson ist irgendwie verstummt. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist der gerade mal... Ich bin jetzt wieder da. Ich habe dir geschrieben, leider verabschiedet sich mein Laptop gerade zum zweiten Mal. Ach, habe ich nicht gesehen. Naja, ist gut. Aber ich bin wieder drin. Kann aber sein, dass er gleich wieder den Geist aufgibt. Also, ich versuche dann immer wieder so schnell wie möglich wieder reinzukommen. Aber deine Trades habe ich noch gesehen. Sehr gut. Herzlich. Wer sind Sie und was haben Sie mit der Kieger gemacht? Das war ja völlig unspektakulär. Bester Kommentar. Ja, das war leider völlig unspektakulär. Es war total sauber. Kann man ja auch mal machen. Okay, gut. Also, ich habe tatsächlich NFP Live Trading könnten wir heute auch mal kurz halten, weil alles andere ist eigentlich ja schon erklärt und worum es dem Markt gehen wird und wie man das handeln kann, glaube ich, das war ja okay. Also, ich meine Glückwunsch an jeden, der irgendwie gesagt hat, boah, das geht long und der jetzt da halt irgendwie dann, wie viel sind das? 170 Punkte im Sack hat. Ja, klasse. Gar keine Frage. Da sage ich natürlich echt, ja, Glückwunsch. Ich hätte es halt nur wirklich nicht gedacht, weil halt eben, wie es ja eben gemeint habe, auch die News werden in der Regel halt dazu genutzt, den Markt zu kompletieren. Gut, er macht es ja jetzt, nur dann halt eben in eine andere Richtung und was ich halt eben sage und dann, da kann man ja dann irgendwie nachher mal drauf gucken oder beziehungsweise ich werde es ja dann spätestens Sonntagnacht sowieso machen, was dann daraus geworden ist, weil, weil, dass das da oben jetzt einfach so weiterläuft mit dem Squeeze im Nacken, ich glaube das nicht, das kann halt irgendwie das kann halt irgendwie auch nochmal komplett zurücklaufen jetzt, gerade deswegen, weil es halt nur mit dem Squeeze da rauf geht und es sollte ja wirklich auf 34.170 laufen, dann war der Squeeze fast 1000 Punkte lang, das ist nicht irgendwie wie mal einen Katzelspring, sorry, ich muss mal kurz was trinken, bevor meine Stimme wieder versagt. Also, ich gucke mal hier noch durch. Ja, die Kommentare sind sehr gut. Level wie die 34.032, ja, das hätte man hier skypen können, also die 34.032, die hätte man skypen können, keine Frage, irgendwie für 10, 15 Punkte, nachdem er ja dann halt eben auch hier über die, über die 34.000 so drüber geploppt ist, ne, weil das sind ja hier schon, das muss ja nicht unbedingt dann echte Käufer sein, das sind dann eben halt auch oft irgendwie Short-Positionen, die einfach auflösen, ne. Ich meine, bei 34.000 Short zu gehen, die Idee war, glaube ich, nicht so selten vertreten, ja, und von daher ist es ja auch legitim, ne, das so erstmal durchschießen, das war, ne, für meine Begriffe halt relativ absehbar, ganz gut absehbar, weil es halt eben nur eine psychologische Marke ist, das heißt aber trotzdem nicht, dass da direkt weitere Käufer nachkommen, und deswegen kann man natürlich dann ja auch an dem eigentlichen Level, was halt wesentlich interessanter ist, nämlich die 032, dort auch erstmal Short skypen, wenn man das gemacht hat, geht man dann halt jetzt hier raus mit 30 Punkten und freut sich dann halt auch nochmal, ne. Okay, was trinke ich Bier? Nein, das ist hier Vitaminsaft, ne, vielleicht habe ich deswegen auch so einen Kratzen im Hals, weil das ist ja auch sauer, ne, All right, gut, also, ich denke, was den Markt selber angeht, ne, also DAO habe ich ja gerade hier auch nochmal erklärt, ich habe zwar gestern irgendwie im Livestream schon gesagt, das können wir uns dann irgendwie halt mal angucken, im, im, im Live-Trading, aber eigentlich habe ich es ja gestern schon erklärt und jetzt ja auch nochmal, ne, also entweder wirklich, wenn er zuerst draufläuft auf die 172, dann würde ich dort darüber, also es ist keine Empfehlung, aber dann spätestens irgendwie Ausschau nach Short halten, weil dann kann das Ding halt wirklich auch komplett nach unten wegklatschen, ne, und nochmal 700 Punkte von dort aus runterfallen, völlig stressfrei, ne, und setze dabei erst unten an, würde ich halt nicht vor der 33.0, äh, Quatsch, 33, was war das nochmal? Brauche ich hier nicht zu raten, äh, dann würde ich halt nicht vor 33.300 großartig irgendwie long dagegen halten, weil, ne, das wäre auch hier im Daily hier so ein Rücksetzer auf den sich drehenden SMA 20, also unterhalb der 33.479, so da würde ich dann halt irgendwo mal ansetzen, so langsam und dann mal gucken, ob das Ding halt wieder nach oben kommt, wenn er denn heute überhaupt runterkommt, aber knallt er jetzt von oben noch ganz runter, mh, das ist halt echt so das Ding, weil hier kommt ja auch die Frage, was machst du bei 4, äh, bei 170 Short gehen, ja, Ausschau halten nach Short, ne, natürlich kann der auch, ne, ich kann ja auch irgendwie unfassbar viel Blödsinn erzählen, im Zweifelsfall, ne, von wegen nach dem Motto, was interessiert den Markt, was der Hilger sagt, ja, in der Regel ist es ja natürlich nicht so, aber halt trotzdem ist das jetzt hier nur, weil ich da sage, da maximal, der kann ja trotzdem auch da drüber, äh, erst mal laufen, der wird höchstwahrscheinlich nicht ohne weiteres da oben drüber laufen, wenn er das halt irgendwie versuchen sollte, er wird versuchen, wenn er da drüber geht, ja, ne, aber der läuft jetzt nicht irgendwie am Stück bis, weiß der Geil wohin, das kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist die Woche viel zu abenteuerlich aus, mittlerweile eben auch, dann kann man ja irgendwie auch mal gerade gucken, wie die aussieht, was mich da ja auch so ein bisschen davon abhält, irgendwie an zu viel Long irgendwie zu glauben, ähm, jetzt habe ich hier natürlich, ach, die Levels nicht drin, na, egal, ähm, sieht jetzt ein bisschen bunt aus, sorry, das war jetzt nicht vorbereitet, aber jetzt haben wir natürlich die ganzen Daily Levels hier im Weekly drin, da versuchen wir das mal halt irgendwie gedanklich da rauszukriegen, aber hier sieht man halt auch in der Woche, da oben ist immer 20, der liegt auch tatsächlich da oben bei der 172, ne, der aber sich halt nach unten dreht, ja, nach wie vor, der erst angefangen hat, sich nach unten zu drehen, das noch dazu, ähm, dann hätten wir halt hier den letzten Peak, auch im Weekly, da oben, äh, ne, auch diese zwei Wochen, die da halt runtergekommen sind, da war da oben der Anfang, noch ein Grund mehr, dann haben wir hier einen Support, ne, Wirkungsumkehr, die hier schon mal gemacht wurde, der nächste Grund, warum, und vor allen Dingen von hier wurde schon mal, äh, irgendwie tausend Punkte nach unten verkauft, noch ein Grund, ne, also deswegen spricht er halt schon relativ viel dagegen, dass der im ersten Anlauf, den er jetzt hier macht, noch, wo er gerade erst dabei ist, die Vorwoche zu überbieten, mal ebenso oben durchläuft, glaube ich nicht, ne, und von daher, oben wäre halt ganz klar, für meine Begriffe Short zu suchen, und egal, wie long der Markt gerade ist, ja, weil ich habe auch heute Morgen irgendwie mitbekommen, wo dann einige so gemeint haben, ich traue mich gar nicht mehr zu shorten, klar kann man auch shorten, also das ist ja halt einfach nur so ein Programm, so ein automatisiertes, was da gestern eben abgespult wurde, ähm, und was aber halt dann halt nichts anderes gemacht hat, ist dann halt eben im 15-Minuten-Takt oder wie auch immer, den Markt dann halt nach oben zu kaufen, das gibt es schon mal, das ist aber nicht jeden Tag, da muss man sich auch nicht verunsichern lassen, ja, äh, das sind Ausnahmen, das sind halt Quises, die sieht man ja auch, und, äh, vor allen Dingen, wenn dann halt der Hilger am Abend vorher sagt, das Ding geht long, da muss man vielleicht nicht unbedingt short handeln, nein, das ist natürlich Quatsch, ja, aber erlaubt mir den Spaß auch mal an der Stelle, weil ich habe es ja wirklich gesagt, das Ding, äh, nach oben, da bremst kein SMA 20 oder sonst irgendwas, und der DAX, der ja auch, den ich jetzt hier gerade, äh, nicht aufhabe, da habe ich ja halt auch gesagt, vielleicht zu dem noch kurzen Wort, der kann halt laufen bis auf, an den habe ich hier gar nicht am Start, okay, na doch, hä, hier ist doch meine Analyse, ist hier nicht meine Analyse, nein, ich bin hier völlig durcheinander gerade, doch, ist doch hier, nee, ist hier nicht, Leute, sorry für meine Verwirrung, aber ich hatte heute noch kein Mittagessen, ich bin etwas unterzuckert, von daher, so, der DAX, da ist er, ähm, also, da habe ich ja gestern auch gesagt, zu gestern gesagt, der kann auch da auf die 273 laufen, ne, so, wenn er es halt wirklich echt wissen will, ne, so 15.100, ja, klar, die habe ich ja auch in Aussicht gestellt für gestern, 200 nicht unbedingt, aber hat er gesagt, so generell kann der auch auf die 273 laufen, und dann gucken wir halt mal weiter, und, äh, das heißt, der wäre dann halt hier auch irgendwie gleich fertig, ne, sollte der, der DAO das jetzt machen, ne, und dann würden die beiden halt wahrscheinlich zusammenkommen, der DAX käme nicht weiter, der DAO wahrscheinlich auch nicht, ne, und dann, und dann ist das Programm, weil so ein Programm, also, was man halt eben oft sieht, wenn so ein Squeeze kommt, der läuft ja bis irgendwo hin, ja, und ich sage ja auch immer, wenn ein Squeeze läuft, läuft ein Squeeze, und da funktioniert nichts sonst, und man wird aber erkennen, wo das Ding dann halt zu Ende ist, und, äh, möglicherweise ist eben das dann halt auch das Ziel, und das wird man ja dann auch erkennen, ne, sollte das Ziel 100 Punkte höher liegen, dann liegt es halt 100 Punkte höher, wird man aber auch das erkennen, ne, gut, aber bevor ich jetzt hier zu viel quatsche, äh, machen wir jetzt hier dann auch mal den Deckel drauf, äh, ich bedanke mich bei dem Markt, für die Punkte, wie viel waren es, 68 an der Zahl, oder irgend sowas, ne, äh, 67, nicht übertreiben, also 67 Punkte sind hier rausgekommen, long, ganz spät eingestiegen, aber trotzdem, äh, gut reingekommen, da oben sauber, ohne nennenswertes Risiko, und, ja, 1 Rate, Richtung, anders als vermutet, aber passt, so, ich hoffe, euch hat es auch irgendwie, ein bisschen was gebracht, oder, auch nicht, ne, hoffe ich natürlich doch, und, dass ihr ein bisschen was damit anfangen konntet, ähm, mit dem, was ich erzählt habe, und hoffe natürlich vor allen Dingen, dass ihr auch nicht etwa auf die Mütze bekommen habt, sondern eben auch profitabel hier, möglicherweise, während meines Livestreams gehandelt habt. Gut, Nelson, was sagst du dazu? Ja, äh, ich schließe mich hier den Feedback, jetzt an, also super Webinar, auch wenn ich, äh, ein bisschen verpasst habe, durch meine Technik, aber, ähm, schöne Trades, die habe ich noch gesehen, und, bedanke mich natürlich für das Webinar, eine Sache müssen wir noch, äh, aufklären, beziehungsweise noch beantworten, ich glaube, ich habe es bei dir in der Gruppe gesehen, also, erst, äh, bezogen auf die Aktion, letztes Mal mit den Likes, also, wir haben es nicht vergessen, wir werden unser Versprechen einhalten, und ich werde den Dirk besuchen, und entsprechend auch, den Stream mit ihm zusammen machen, wir hatten einfach bis dato noch nicht einen Termin gefunden, aber wird nachgeholt, nochmal Dank an alle, die da mitgemacht haben, und dem Dirk da, ganz viele Likes gegeben haben, ich glaube, der war sehr glücklich an dem Tag, und nur an dem Tag. Ja, das war auf jeden Fall ein Like-Rekord, ja, also, sorry, wenn ich kurz unterbreche, es gibt ja auch, ich hoffe, das ist okay, auch bei YouTube die Möglichkeit, wenn man jetzt bei so einem Live-Trading, ja, irgendwie mit dem, was ich dann erkläre, auch selber dann Geld verdient, und vielleicht besser Geld verdient, als sonst, darf man natürlich auch mal was zurückgeben, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einmal wäre natürlich ein Konto bei FX Flat zu eröffnen, über den Link, der unten drin ist, dann gibt es das Live-Chart-Add-On, und es gibt total simpel, in YouTube, im Live-Stream kann man nämlich halt, wenn man auf den Like klickt, während des Streams, dann auch tatsächlich irgendwie, ein paar Euro spenden, so dass der Hilge sich mal ein Bier kaufen kann, und an der Stelle, Dankeschön an den Gerd, der das nämlich gerade gemacht hat, und egal, ob das halt viel oder wenig ist, den Betrag kann man sich ja selber aussuchen, weil ich finde das halt immer so, eine nette, kleine Anerkennung, die darf man schon mal nutzen, ja, der letzte ist total sprachlos, gut. Ich habe tatsächlich auch die Feedbacks gelesen, du hast vollkommen recht, also, und die Likes gehen schon wieder hoch, schreiben auch schon wieder einige, die 100 ist ja auch wieder gleich geschafft, also, einen zweiten Termin direkt ansetzen, eins nach dem anderen, aber danke an alle, ja, dann, vielen Dank, für die Teilnahme, für das aktive Mitmachen, und heute noch natürlich noch viel Erfolg, passt auf eure Positionen auf, und dann, sehr gerne, bis zum nächsten Mal, danke Dirk. Ciao, ciao. Liked das Video, abonniert den Kanal, oh, von Riccardo auch nochmal zwei, danke nochmal, an die Spenden hier, an die Live-Spenden, und ja, ansonsten, wie gesagt, holt euch das Stereotrader, macht ein Konto bei FX Flat, holt euch das Live-Chart-Add-on, bleibt dran, erzählt es weiter, ich sage auch Danke, und natürlich danke auch an den Nelson, und logischerweise auch an alle, die hier bei GoToWebinar, dabei gewesen sind, waren wieder extrem gut besucht heute, insgesamt, von daher, hat Spaß gemacht, ich freue mich aufs nächste Mal, bis dahin, ciao. Ciao.